Das kann doch nicht sprechen. Aber das hat schon jemand anders ausprobiert. Okay, pass auf. Ich jag jetzt mal hier alles in die Luft. So. Das Level muss doch zu schaffen sein. Gib es doch nicht hier. Patsch. Ein Schwert. Patsch. Wenn Fliegen hinter Fliegen, 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 hinter Fliegen her. Genau. Genau so sieht es aus. Kapuzenin ja sagt. Etwas Lustiges. Irgendwie schon. Was war denn das? Wieso platzen die Leute da einfach immer? Retribution Garbage Collector. Seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Lukül unterstrichet sagt, kann ich dein Tipp-Mod sein bitte? Ihr habt dir bei AI geholfen. Tipp-Mod? Das ist ja ein Tipp-Mod. Nach wie vor kein Mod. Nach wie vor kein Mod. Tut mir leid. Und wenn ich Tipps brauche, dann sage ich das dem Chat und dann können alle mitmachen. Okay. Man, dieses Level hier muss da echt zu schaffen sein. Ich aktiviere jetzt erstmal das Auto da unten wieder. So. Dann einmal die Boxen. In der Hoffnung, da gehen ein paar mit drauf hier noch. Lukül unterstrichet sagt, ein Moderator, der Tipps gibt. Sowas gibt es nicht. Es gibt keinen Moderator, der Tipps gibt. Wenn, dann macht das der Chat. Okay. So, jetzt haben wir wieder Panik in der Hood. Aber irgendwie müssen wir ja auch... So. Ist der hinter uns her? Ne, der will da oben hin. Mist, das hat nicht ganz hingehauen da. Du, mein Bruder ist einer XD. Dein Bruder ist ein Tipp-Moderator. Na komm, 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 komm. Kapuzeninja sagt, Wat dösste Wolf seh? Heika, heika. What? Achso, wat dösste Wolf seh? 22 von 51. Ha. Ha. Ha, die kann man schnappen. Und hier direkt ablegen. Die zwei zusammen ist schlecht. Ah, da hätte ich das Schwert nehmen können. Ich glaube, damit kann ich eine ganze Gruppe auf einmal, ähm, umnieten. Englisch kann sie nicht, nee. Japanisch bitte nicht ausprobieren. Ähm, da hinten liegt ein einzelner. So. So. Ich schmeiß den mal hier hin. Wo ist denn der gelandet? Da oben. Och, nee. Nadine, ich hab gesehen, dass du das angestachelt hast. Karneval. Scheiße. Na, ah, er haut ab. Sehr gut. Ihr habt echt den Karneval hierhin geschickt. Lokül unter Striche sagt. Und ich XD. Was ist der jetzt hinter mir her? Schon wieder, Mann. Okay, wo gehst du hin? Ah, der kommt von da. Screw it. Genau, ich muss erst mal weg. Sonst verhaftet er uns doch. So, jetzt fährt er weg. Okay. Nochmal knapp geschafft. Die stört das irgendwie gar nicht, ob man jetzt hier, äh, nur mit Leichen rumrennt. Girls. Mann, Leute, ich muss mich hier echt beeilen. Ähm. Boah, ist hier was los, ey. Wie soll ich denn das schaffen? Indem ich hier mal ein bisschen für Aufregung sorge. So. Ja, ruf mal die Cops. Ist die Frage, ob man die, äh, ganzen Leichen nicht doch lieber verschwinden lässt. Damit weniger die, die Cops gerufen werden. Achso, hier kann ich auch noch was machen. Irgendwo kann man sich das auch anzeigen lassen. Ich weiß aber nicht mehr wie. Schiebung. Fifty-fifty waren's. Eben, mit Karneval und, ähm, Biker, ne, glaube ich. Okay, ein paar sind da schon vergiftet. Oh, Leute. Wir nehmen die Cops. Warum? Lukül unterstrichet sagt, Eshtikimata, du musst mindestens schon 74. Ja. So schnell, so schnell. Kaputsenimia sagt, Internetuwa Heika Neuland notame der Rimasu. Oh, das war japanisch, glaube ich. Da kackt er voll ab. Lukül unterstrichet sagt, Killen. Was passiert hier überhaupt gerade? Also, wir haben noch eine vergiftete Bowle unten rechts. Oh, der, ist das denn der, ist das denn die? Auf jeden Fall wird, wird er sie sehr verhaftet. Okay, ihn können wir hier wegsnacken. Und weg damit. Ähm. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Noch 23. Ich will dieses Level doch mal schaffen. Wo will er hin? Der geht da unten hin. Dann bleibe ich nochmal da oben. Ich blick gerade hier überhaupt nicht durch, was hier abgeht. Dieses Body are ruining my party. Mut. Achso, Mut. Lopül unterstrichet sagt, das ist ja seine Party. Stich ist denn die Mäle und der Keller ist jo ohne die Bessane böse gmahnt. Das war österreicherisch. Hm. Wie kriegen wir die denn jetzt am besten weggenutzt hier? So. Wie geht denn hier so ab? Oh, jetzt kommt der Kopf. Lopül unterstrichet sagt, das Boot kann nicht Englisch xd. Oh, da werden die Cops gerufen. Aber wir sind ja safe, ne? Können wir mal ein bisschen für Unruhe sorgen hier. Der Mario sagt dem Polizisten fuck off. Was zum Teufel? Wer war das? Bikers. Seufzt. Wo ist der Kopf? Ach, da unten. Okay. Hm. So. Das heißt, gleich kommen wieder die Cops. Oder auch nicht. Dann interessiert das gar nicht. Doch, jetzt. 81 jetzt. Leute, Leute, Leute. Ihr macht mich fertig. 81, ey. Ihr macht mich fertig. Ich hab Durst. Oh. 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 So, die zwei schon mal. Feuer. Na, die möchte Feuer. Wir können ja mal Feuer unterm Arsch machen. Mist. Kapuzenin ja sagt. Findest du es nubig, wenn jemand zwei Stunden für ein Tutorial braucht und nicht mal damit fertig wird? Raute Saruheika fragen kann man mal ja. Ob ich das, ähm, nubig, wenn jemand zwei Stunden für ein Tutorial braucht, kommt das Tutorial an. Aber wenn es jetzt irgendwie so ein gut gemachtes Rollenspiel oder so ist und man sich für, wow, nee, nicht da hin, sich für Details nicht so interessiert und sich dann alles anguckt. Wieso? Was hat, was hat denn, was hat denn der Herr Hiker da gemacht, wenn du das so betonst? Wieso kommen die immer im Doppelpack? Habe ich noch mein Schwert? Habe ich noch? Yoshina, vielen, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Wie sieht's aus? Wir haben noch jetzt 23, 27 So, die räume ich aber mal weg. Die müssen nicht unbedingt entdeckt werden. Oh, oh. So. Lukül unterstrichet sagt, kannst du mal welcome to the game zocken, das ist so cool. Welcome to the game? Sagt mir gar nichts im Moment. Da braucht mir gar nichts. Oh, da kommt wieder einer. Guck mal, die kommen jetzt alle der Reihe nach einfach hier unten in die Ecke, seht ihr das überhaupt? Warte mal. Gucken wir das schon mal? Das ist so eine Art Einstieg. Zwei Stunden, das kann aber keine zwei Stunden sein. Wir haben jetzt acht und wir haben bis... Haben wir nicht bis sieben oder so Alien gespielt? Hm. Da oben ist Feuer. Das ist doch das Feuer, was Nadine schon wieder gelegt hat. In The Hunter gibt's... Achso, The Hunter. Gibt's kein wirkliches Tutorial. Ah, The Hunter. Oh, da oben ist eine. So, der Feuerwehrmann. Ist das nur ein Kostüm oder was ist das hier? Nee. Kann ich wegnatzen? Da komm her. Oh. Diskutiert ihr jetzt, ob das ein Tutorial war oder nicht? Für das Heika... Zwei Stunden gebraucht hat. Welcome to the Game ist ein Horrorspiel. Kannst du es mal zocken? Ähm, ich kann es mir mal angucken, ja. Ob ich es dann zocke, weiß ich nicht. Welcome to the Game. Das sagt mir echt nichts. Ich habe aber heute gesehen, Wizz Games haben ja... Also kommt bald auf Greenlight ein neues Spiel. Das sah auch nett aus. Oh, oh. Oh. Das war knapp. Was habt ihr mir hier? Ein Bear Killer. Ähm. Ja, hier Nightfall, ne? Oder so hieß das. Wusste ich gar nichts von. Ich habe dem André aber schon Ewigkeiten nicht mehr gesprochen. Wir wollten eigentlich vor zwei Wochen schon mal wieder telefonieren, aber es klappt irgendwie nie. Gibt es auch eine andere Ohrlesestimme? ZB ist die MLG-Rednerstimme, David. Ähm. Es gibt auch eine andere, ja. Das müsste aber eigentlich... Das müsste eigentlich schon nicht die, ähm... Ähm, ähm, die integrierte sein, sondern, ähm, ich habe eine von Ivona, die hatte ich mir mal gekauft. Die müsste eigentlich dahinter liegen. Aber... Ich müsste nochmal gucken, ob das richtig eingestellt ist, weil dazwischen lag, glaube ich, auch das Upgrade auf Windows 10 und das ist ja immer ein bisschen, ähm... Ähm... Ja. L'Opil unterstrichet sagt, dieses Spiel ist ein Horrorspiel, wo du ganz still sein musst, weil dein Mikro ein ist und das Spiel ist, wo du das Mikro beeinflusst wirst. Okay. Das klingt interessant, aber ist das was für... zum Aufnehmen? Weil wenn ich doch... Uah, der Bergkiller. L'Opil unterstrichet sagt, ich weiß kein deutscher Satz. Ähm... Aber wenn ich doch nichts sagen darf, dann... Das ist doch für einen Stream und so schlecht, oder? Muss ich mir mal angucken. Vielleicht ist es auch cool. Welcome to the game, merke ich mir mal. Na gut, am Mittwoch streamt die Nadine wieder auf Twitch-TV-Zicken-Mama. Die Nadine sagt, dass ich lieber singen statt etwas sagen möchte. Lieber singen statt etwas sagen. Was ich sagen wollte, am Mittwoch streamt ja die Nadine wieder und dann macht die ihren Nicht-Fluchen-Stream. Also da wird dann auch kein... eigentlich kein Wort gesagt werden. Da wird ein total stiller Stream werden dann. L'Opil unterstrichet sagt, flüstern darfst du aber sehr leise. Sehr leise. Kann ich das Mikro einfach hochdrehen. Ach nee, das geht ja auch nicht dann. Also da ich ja hier noch einen kleinen Kompressor dazwischen habe, wäre es wahrscheinlich dann schlecht, oder? Patsch! Guck mal, Leute, seht ihr eigentlich, wie gut ich gerade bin? Hier so nebenbei? Öy. Ja, nix öy. So ist das nämlich. Genauso ist das nämlich. Du wirst doch kein Wort mehr sagen. Du und nicht fluchen. Der Bär sagt, hell yeah, was kommt jetzt? Bouncer. Die haben mich letztes Mal auch genutzt, ne? Zählen die denn? Ne, die zählen nicht. Der ruft auf jeden Fall die Cops. Ich warte mal kurz. Oder ab? Ne, da noch. Einmal Tüte drum. Der blauen Zack kommt da lang. Sorry, dass ich es schon sage. Aber da ist ein Entführer und er läuft oft mal vorbei und da musst du ganz still sein, sonst nicht XD. Okay, das weiß ich ja, worum es geht. Das brauchst du ja nicht mehr spielen. Oh. Yeah. Ging doch easy, oder? War noch gar kein Problem. Das Spiel hat mehr Anspielungen, als du dachtest. Da ist einiges reingepackt hier, ja. So. Wir können das nächste Level machen. Das ist, das ist, jetzt schreie ich wieder. Ich darf nicht so schreien. Verdammt geschafft. Oh. Oh. Nein, da ist ein ganz anderes Thema, keine Sorge XD. The Vegas killings were the ones that really threw this son of a bitch into the spotlight. That's when the papers started calling him the Party Hard Killer. Two massacres in one night. He had the gall to stalk the streets with cops all around him, sectioning off the city. And he'd simply pick another spot to call his killing ground. But, you know, Mr. West, the city, this living, breathing organism doused in lights and scars, it can really bring feelings bubbling up to the surface for some people. Is that so? Why a roof party, then? It made no sense with his M.O. On the contrary, Mr. West. I'd suggest it made perfect sense, being so close to the sky, yet behaving like worms. Perhaps he felt that those people simply deserve to be back in the dirt, where they belong. Hey. So. Ähm, ich hab den Bot gerade. Moment, ich kann noch einmal hier auf. Kapozeninja sagt, ist Sickenmama eher zickig oder nörgelt sie mehr? Hmm. Eine interessante Frage. Lass mich da noch mal nachhaken. Nein. So, ich habe jetzt, ähm, den M.O. Mal nochmal. Lopül unterstrichet sagt, ja, Stiche war weg, warum schreib ich das hier noch dazu, XD? Keine Ahnung. Ich hab den Autorun von Bot mal ausgemacht und, ähm, ich würde gerne noch mal in ein paarminütiges Päuschen gehen. Ähm, ich lass die Musik hier einfach laufen, ne? Und, ähm, dann sehen wir uns in ein paarminuten wieder. Nochmal was zu trinken holen, nochmal, ähm, auf den Keramik drohen und auf den Balkon. Genau. Machen wir das so? Solche Musik so lassen kann ich so lassen, ne? Ist die zu laut? Ne, das geht. Okay, wir sehen uns in ein paarminuten wieder. 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 Vielen Dank.